hey guys und willkommen zu grand theft auto 5 mein name ist der rockstar das ist michael der center und ja in der letzten folge haben wir für unseren guten solomon seine schauspieler wiedergebracht ihm einen besseren vertrag geholt oder er gesagt möglichkeiten für solomon weiter geld zu verdienen so einen alten knattigen produzenten michael ich habe noch nicht von ihnen gehört ich nehme an sie achten auf ihre psychische verfassung aber ich mache mir sorgen eine telefonsitzung okay scheiß drauf ach scheiße komplett vergessen immer noch vier dollar drauf so erstmal hier unser ganzes portfolio alle verkaufen ja jetzt können wir ihn anrufen hallo dr isaiah friedlander speaking hey doc it's me michael how are you not good doc not good at all well we spent a lot of time over the years discussing how negative actions lead to negative thoughts as much as the reverse because of the compounding of your classical low self-esteem with your assorted sexual hang-ups the desperate search for the easy answer in life and your profound narcissism reality will have a habit of handing you a repeated kicking anyway what's up hell doc put it like that i'm afraid i ain't got much hope have you been acting out again michael you know what about the bad michael tell me okay well things are i gotta tell you doc they're awful i'm making bad decisions here and other people are picking up the tab for it my family left me and they won't even take my phone calls but but i did meet this guy solomon richards you might have heard of him richards majestic and we're doing some work together in the movies you fucking believe that i'm a movie producer well i'm glad to hear things are looking up but you shouldn't look for validation outside of yourself validation isn't a label it comes from within any other violent outburst michael i ain't been a good boy doc i mean you know things just all of a sudden get up on top and right fucking on top and then i lose my shit and i hurt people and then i feel bad about it i'm a fucking prick remorse is good but not as good as taking control before you act out what about your sexual problems michael i'm doing well doc in that regard nothing to report not one single thing that's great michael it's a real progress see treatment works when you try so hey you know as you can see i'm kind of doing better you know not perfect mind you but better you know therapy can really help you michael which is why you should be really pleased with what you're doing but i'm gonna have to stop you there oh and there is one thing phone sessions are a little more expensive obviously 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 but so fulfilling let's speak again soon joa läuft bei ihm läuft bei ihm auf nach mr madraso oder zum warten und schauen wir mal was der gute alte halunke von uns möchte also auf auf ja doch wir haben musik ls underground radio bitte danke wir sind stolz die neue präzisionspistole einer großen kalibrigen einzel schusspistole zum verkauf anzubieten zu können aha jetzt auf lager naja das ding macht das auch nicht mehr so heftig lange mit denke ich mal aber wir kommen unseren zielen näher sollen wir mit dem fallschirm ausspringen ich hoffe michael hat ein fallschirm dabei sonst wird das eine sehr schmerzhafte landung für ihn naja auf geht's und er hat natürlich keinen ball das war doch immer ach man nein flieg michael flieg michael ist da irgendwo vielleicht ne ok wir sind sowas von am arsch ok das war eine dumme idee aber ich bin das gewohnt ich hab das vergessen halt story mode dass man nicht immer falschen bei hat fuck naja man lernt draus man lernt draus oder auch vielleicht nie wie viel in meinem fall ist einfach ein bisschen zu lange her so wir brauchen erstmal eine karte gib mir die karte nichts hupen einfach aussteigen danke einfach aussteigen auf auf und davon das wird witzig mit das wird noch auf jeden fall witzig mit schwa zu agieren oder hat michael da wieder eine sehr geniale entscheidung getroffen das und vieles mehr sind sie heute in dieser folge nehmts müde über den highway einfach auf dem glas bleiben einfach auf dem glas bleiben einfach auf dem glas bleiben und so tun als ob nichts gewesen wäre und ja in letzter zeit haben sich ja auch so manche leaks über gtr6 ins netz gefunden aber davon halte ich erstmal noch nichts und dass wir uns noch freuen können ich denke mir das dauert noch ich denke das dauert noch mindestens drei bis vier jahre dass überhaupt ein teaser ankommt oder wenigstens zwei jahre bis zum teaser und dann noch mal zwei jahre bis zum fertigen spiel das kann ich euch jetzt schon verraten weil das sagt mein bauchgefühl und mein bauchgefühl täuscht sich nie bei gta titeln aber wie wir wissen sind zwei bis vier jahre nichts zu dieser heutigen zeit zu dieser zu dieser wieder michael so so mein Freund trevor sit 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 so was Martin ist ein mein Freund der Martin ist ein psychopat der mich genau oder das die 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 im die 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 was the deal this is him Javier he's flying off to Liberty City this afternoon he's taking some files of mine innocent files that I need back there's a gun set up in the hills I have a man watching at the airport we'll let you know and when he flies by shoot him down and get the files back a man was a also die ich muss sagen das ist auch eine sehr geile mission jetzt die wir hier haben in GTA 5 GTA 5 weil einfach die Dynamik die Action und einfach das kranke was jetzt passiert ist schon ziemlich geil von den Traverse Pods macht einen schon Bock auf mehr und ja ich habe ich habe ja auch damals wie heute höre ich immer noch hier und da mal Meinung zum Online Modus das zum Beispiel GTA 5 ja so krass geworden hätte mit den Raubzügen und dass es nur Raubzüge geben sollte und so ein Scheiß im Endeffekt hast du ja eigentlich 247-Aubzüge aber auch eine sehr gute Gangster Geschichte wie ich finde weil nichts anderes ist dass er halt sehr überspitzt muss man dazu sagen aber es ist halt so ja okay well I ain't at the observatory yet start heading that way understood what that he's a terrifying psycho and that you might have that in common what is it we got to work for it what are you talking about we weren't case in the joint okay the guy lives well that don't mean we're robbing him but it does mean he's got money to pay people who help him when the time comes he'll do the right thing if he don't please let me handle it you don't get a wife like that without being rich and an asshole right the fuck Genau genau und ich find ja auch jeder GTA-Teil widerspiegelt ja auch ein bisschen so die Zeit in der wir heute heute leben halt ist halt Satire auf sehr hohem Niveau sag ich mal so teilweise sehr stumpf und überspitzt aber das macht es ja auch aus diese Mischung ne aus stumpfer Gewalt und einfach auch übertriebener sarkastischen sachen und satire und es passt ja auch so herrlichen dieses gta-universum wie ich finde da ist der transporter so die waffe lädt die waffe lädt und special agent ach da kommt darauf schießt auf das auf dem motor des flugzeugs und der nächste treffer der wird es in sich haben ok es wird ein bisschen tricky da kommt schon kommt schon kommt schon kommt schon ist ein bisschen tricky und jetzt der teil der macht macht echt gut fahren weil man jetzt das flugzeug verfolgen muss und auch darauf achten muss dass man nicht absteigt und los geht's weil es einfach so verrückt ist für treffer dass er den scheiß einfach macht er denkt nicht nach er macht einfach und los geht's treffer los geht's wir kriegen diesen vogel schon schnell genug aufwächtig zumindest naja hier in der nähe wäre eigentlich der auch der sandy chose flugplatz aber egal ich meine he passier field landing ain't gonna be pretty where are you putting it down can you make yellow most the airfield and go around we have to put it down in a field somewhere Na komm schon, na komm schon, na komm schon. Jeeha! Na komm schon, na komm schon. Okay, this guy is going down any minute. Good. Let's hope we don't take out some poor farmer while he's at it. Only thing they farm out here is methamphetamine. Ah, Trevor Phillips country. God, I miss it out here. You gotta come visit sometime. Trevor Phillips Industries. Losing altitude rapidly. I'm going to have to bring it down in dirt. God, help us. Roger, November 9th and Charlie Eck. What is your status? God, help us. So sieht es nämlich aus. Eine einfache und schnelle Entführung, beziehungsweise wir rauben die Leute einfach und schnell aus. Hello, Sir. Darf ich mal kurz, Sir? Dankeschön, Sir. Und weiter geht's. Genau, erst mal überall die DNA verstreuen. So, ihr habt nichts gesehen, ihr habt nichts gehört. Denn wir sind... Achso, wir sollen den Transporter auch noch zerstören, sagt er. Naja, schlau wäre es eigentlich nicht hier in der Nähe, aber egal. Nein, wir brauchen... Nein, wir brauchen... Wir brauchen nur eine Granate. Die OP Sir, ich beschlagnahme ihren Wagen. Sir, da hinten. Boah, meine Freunde. Sir, stehen bleiben. Ich beschlagnahme Ihren Wagen. Ich würde das nicht tun. Irgendwie glaube ich das nicht. Würde ich einfach mal dezent behaupten. Und natürlich weiß ich ja schon was jetzt laufen wird. Und ich denke mal auch der größte Zuschauer auch. Nur für die Leute die es noch gar nicht kennen. Die nur GTA Online gesagt haben. Naja das wird eine Überraschung. Ich kann mal so viel verraten. Es wird nichts Gutes sein. Kennt ihr das man will abkürzen. Und aus einer Abkürzung wird einfach ein verdammt langer Weg. Aber bleibt auf dem Weg weil man sich denkt. Nein jetzt habe ich diesen Weg eingeschlagen. Jetzt ziehe ich den auch durch. Das waren Kür. Das waren mal Kür. Schöpfer ich bin da. Wo ist er? 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 Schöpfer. Ich weiß gar nicht, warum du mit Leuten mit solchen Leuten bist. Ich meine wirklich nicht. Ich weiß gar nicht. Kür! Das ist eine Frage. Ich fragte mich für einen guten Tag nach einem guten Tag nach einem guten Tag. Dann hat er ein bisschen Angst. Also, ich versuche. Ich habe ein bisschen Angst. Ich habe ihn verletzt. Ich habe ihn verletzt. Was für mich für einen Kindes-animal genommen? Nein, ich habe ihn nicht verletzt. Oh, Mann. Aber ich habe ihn verletzt, seine Frau! Oh, nein! Oh, Scheiße! Was für die Scheiße hast du gemacht? Oh, ich habe gerade gesagt, was ich gerade gemacht habe. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Ich glaube, wir müssen uns ein bisschen schlafen, während wir diskutieren. Ja. Okay. 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 Ja. Also, ich habe ihn nicht umgebracht. Aber ich habe seine Frau entführt. Äh, das ist viel schlimmer, Trevor. Das ist viel schlimmer, mein Freund. Naja, und so sind wir auch wieder mit Franklin auf uns allein gestellt. Und deswegen sage ich auch noch an dieser Send-Anstelle. See you guys. Und schaltet gerne wieder bei der nächsten Folge von Grand Theft Auto ein. Euer Rockstar von Callgamer Production. beingred close as no patron. Bis jetzt. Das, was du brauchst. Wir sind Core Gamer Production.